Minus Erfrau ist wegkommen er schlechte man kurz er tut das so ich habe es wieder von den Koordinaten ausgemacht Nr das schafft zu leften oder und links bis die Uhr um Danke. Und ich gehe noch mal kurz hier so ein bisschen laufen durch die Wälder, weißt du? Von da kamen wir doch mal. Oh ja, das ist schon lange her. Ja, aber irgendwie komme ich nicht mal aus dem Server. Weil das... Was steht... Ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Ja, okay, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. So, da sind wir wieder. Einmal Server kurz geschlossen und wieder neu gestartet. Und Weltladen, Weltladen, Weltladen. Ja, da sind wir hergekommen. Das war noch Zeit, ne, Tobi. Da hinten, ne, loll. Ich sehe durch die Welt, loll. Oh, was gibt es denn hier schönes? Das ist ein Haus. Ach, hier ist die Mine. Oh, nice. Ich mache mal ein Screenshot oder so. Hey, Domain. Loll, bist du denn jetzt schon wieder? Ach, da. Ja, ich teleportiere mich mal. Wenn es scharf fällt. Wo ist er jetzt? Hallo, wo bist du? Du leuchst schon wieder im Scharf. Alter. Oh, hier muss man voll aufpassen. Wo ist das? Ist weg. Okay, okay, okay. Ich gebe auf. So, ich gehe mal ganz kurz in das Zumpf-Biom. Du darfst dich erfahren, wieso. Ja. Also, ich will kurz in das Zumpf-Biom durch, so. Weil ich einfach mal jetzt hier kurz so gucken will, Schnee-Biom und so. Ich habe ja die Koordinaten. Ach, jetzt wäre ich fast in die Höhle reingesprungen. Ja, und es gibt noch einmal ganz kurz eine Aufnahmepause. Ja, so. Dom sitzt erleichtert wieder auf seinem Platz. Ja, das stimmt wohl. Hier waren wir ja schon überall. Wo sind wir hier eigentlich mit dem... Ach, hier haben wir doch die Höhle markiert irgendwo. Ah, da. Guck mal, da sind wir doch, glaube ich, auch schon reingegangen, oder? Ja, ich meine schon. Ne? Ja, genau, wir sind doch da runter. Ja, 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 da hinten. Ja, okay. Oh, da geht's auch noch weiter. Nein, ich will jetzt nicht in die Höhle. So, was machen wir? Wüste oder Sumpf? Sumpf? Ja, ich gehe kurz durch den Sumpf. Nee, Wüste. Warte, mach mal Wüste. Ja, warte, ich gucke eben hier ganz kurz überfliegt den Sumpf, weil der ist im größten... Lol. Hier liegt Kostun rum von uns noch. Weil wir nicht in der Nähe waren, ist die Zeit nicht vergangen und der liegt da noch. Aber ich habe ihn aufgenommen. Ja, weil normalerweise verschwindet der ja noch fünf Minuten. Das ist ein größerer Sumpf. Steigern sich die Chancen auf so einen Hexen aus. So, anderthalb Sticks Erde verbraten. Wofür? Ach, für den Berg? So ungefähr, ja. Machst du die Wiese... Also machst du uns selber was Schönes, doch? Ja. Das ist doch, das ist auch krass hier. Auf jeden Fall werde ich nach der Season die Welt zum Download freigeben, ne? Auf unserer Homepage. Auf unserer Homepage? Farben? Ja, auf unserer Homepage. Ah, gut. Das jetzt, was weg? Nö. Hätte ich mich verabschiedet. Loh, das... So. Ähm... Farben? Ja. Ich bin gerade am Ende des... Da muss man was sagen. Ja, ich bin gerade am Ende des Lumpfes, am anderen Ende. Ich komme jetzt hier zurück, weil hier nichts ist und gehe mal, da ist noch ein bisschen weiter so Dschungel. Äh, wir haben jetzt gar keine Erde mehr, glaube ich. Nein? Dann sollten wir was fahren. Haben wir so Lillipads hier, so Seerosenviecher? Ich... Äh, drei, glaube ich. Ja, ich nehme ein paar mit. Kann ja nicht schaden. Hä? Ich nehme ein paar mit, sagt Dich. Na, das ist schon schon in den ewig Tiefen. Können wir nur noch Clay suchen. Warte, ist doch gerade Clay? Ja, hier ist es den Zaun dabei. Welchen Zaun? Ja, den Punkt Superwolf fällt. Äh, ja. Hm. Ich baue gerade Clay ab. Hm? Okay. Ow. 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 Ich bin voll Interestin gerade hier. Hm? Bei wem? Ja, bei mir. Ja, ich mache auch nichts Besonderes. Das war Reader aufbauen. Boah, das war aber ganz schön knapp. Ja, na. Ich weiß gar nicht, wie viel man unter Wasser sieht in der Aufnahme. So. Das setzt da noch eine Karte. Ja, hier, guck mal, guck mal, ich kann's versetzen unter Wasser, da. Zwei Sieg, eine Sieg, oh Lord. Scheiße, ich habe nicht auf meine Luftblasen hier geachtet. Na, hier noch ein paar Lilithetz mitnehmen. Was ist das Level bist du? 36. Ist nicht schlecht. Fast so... Ne, sogar weiter als wir waren bevor, wenn Nähter gegangen sind, oder? Ne, ich glaube, da waren wir schon 46. Komm auch so. Das ist nicht mehr. Okay. Hey, Tobi, du saß mir gleich bestimmt mal die Koordinaten, weil ich keinen Bock hab, in meinen Screenshot zu gehen. Ja, ja, deswegen ja. Aber warte, ich möchte... Nein, ich möchte eben noch gucken. Ja, bleib ruhig da. Ich mach eben wieder Tage. Ja. Ach, du gehst es liebten? Ja. LOL! Da hat die Welt sich nicht generiert und ich bin in eine Höhle gefallen. Oh, jetzt sind wir wieder... Oh, boah, ich dachte, dass wir ein Hexen aus, aber das ist nur ein Berg generiert. Ich wollte schon sagen, Juh, tu, wir haben Hexen aus. Alter, wieso hätt ich nicht immer zweifach können? Also du wirst dich wundern, was hier jetzt sich alles getan hat an den Bergen. Ja, dann hau mal Tag raus hier, damit ich wieder was sehe. Ja, mach ich sofort. Ich bin hier grad noch am Baum. Oh Gott, ich hör schon die Spinnen. Weißt du was? Ich hab in meiner Singleplayer, also als ich hier Glück ausprobiert habe und so, habe ich das erste Mal eine Pyramide gefunden, die komplett freigelegt war. Also wirklich ganz komplett. Ja, das ist wirklich so, das ist total selten. Ja, also die war komplett frei mit allem Drum und Dran. Und äh... Ich geh jetzt auch mal wiss ich's lieben. Äh, ja, ich nehm dann auch noch eben, weil ich jetzt grad hier an der Wüste und bin und da auch den Schnee. Ja, was ist das denn da? Da haben wir schon mal in der Wüste? Keine Ahnung. Ach ja, wir sind da ja rausgekommen, genau. Da ist die Markierung nämlich. Leute. Ach, hier ist noch, ähm... Ja, das sollten wir auch mal hier zu machen. Ähm, ja, es ist grad meint. So. Eine Pyramide wär schon geil. Und jetzt übertreibst nicht. Naja, bei unserem Map-Glück hier aber... Ach komm, Scheiße. Nicht und wahrscheinlich. Au... So. Jetzt bin ich hier nun überall fertig. Ah, ne, da unten noch den Zuckerfeld dazu. Oh, nein. Brennen wir hier noch ein bisschen rum. So, und dann lege ich mich jetzt wirklichs Leben. Ja, tu das mal bitte. Weil mich greifen hier von allen Seiten die Viecher an. Ich bin grade nur dabei zu erforschen ein bisschen. Ich weiß noch nicht wie viel hier die Zuschauer sehen. Ja, ich bin grade wirklich im Letzt-Battle. Naja, die Autonomistische sind schon lustig. Naja, ich bin grade wirklich im Letzt-Battle. Gegen die Monster. Also, theoretisch kann es aber sein, dass wir das Letzt-Battle noch vor dieser Aufnahme hochladen. Kann sein. Kann sein. Lol, was geht denn? Kann jetzt gar nicht... Voll so'n fettes... Ja, okay, ich glaub, ich komm mal wieder zurück. So. Ja, sag mal kurz die Koordinaten, bitte. Aber da ist auch schon mal klar. Ähm... Zwei... Also, x 2037... Sag einfach in der Reihenfolge. Äh, ich mein, z. Minus... 11120. Okay. Äh, was war noch mal x? Ähm... 2047. Okay. Dann rennt nicht in die Richtung. Ich bin übrigens auf Höhe... 94. Das interessiert mich nicht. Ich renne in die richtige Richtung. 2000 ist x. Also 2047. Ich bin jetzt bei 1707... ... gewesen. Und bei Z1300. Ah, ich bin schon jetzt gleich hier wieder raus. Ah, so schnell geht das. Chicky! Waren 100.000 in Tritt machen wir eine Pause? Oder? Ne, warten. Das ist Dorf. Das Dorf. Na gut, dann haben wir gefunden. Können wir Koordinaten wieder wegkauen. Ah, guck mal. Hier ist eine Kugel gestorben. Ah, ist ja auch geil. Wie mein Inventory ist voll. Ja, komm hier. Brauchst du weg, ne? Und hier noch für ein bisschen Kakteen tun wir Erde weg. Ein Erdrock. Aufhören. Kannst ruhig sprechen, Tobi. Ja, dann haben wir ja sofort auf. Ich bin gerade an dem alten Dorf. So, ich hör auf. Komm, dann hör du auf. Ja, okay. Ja, Tobi? Würdest du mir eben erlauben, nach Hause zu rennen? Nein, komm, hör auf. Ja, ich möchte doch eben sehen, was an dem Berg passiert ist. Oh, Tobi. Hm, hm. Danke. Ich hab mir hier ein Schild uns ausgesetzt, nicht abbauen. Das Schild. Was steht da drauf? Teich bauen, den würde ich bauen. Ah, ich sehe dich gerade da an der Baumfarm, an der alten Spring. So bist du, du? Ja, ich komme auch von Richtung des Wüstendorfes. Dummdi, 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 dumm. Ich mache jetzt ja dann auch gleich. Also jetzt sofort aus. So, rennen wir eben hier hoch. Aber mit unser geliebtes Willerchen. In unsere winzige Villa, die ja so winzig ist. Was? Also die gerade Fläche habe ich schon gesehen. Oh, geil. Dort sind Holz, das habe ich schon gemacht. Okay. Krass. Ja, ich werde... Ja. Ja, ist doch geil. Hast du ja auch mal an der Tierfarm geguckt, was ich da gemacht habe? Äh, warte. Was hast du denn da getan? Alles, äh, den Berg da weggerupft, ne? Den kleinen Hügel da. Ja. Ah, cool. Okay. Ich bin so ein Mutti-Odd. Warte, du kriegst noch mal ne Zäunchens. Für nächstes Mal. Hm? Du kriegst noch die Zäune für nächstes Mal. Die kannst du dir theoretisch auch so als... Was? Ne, kannst du. Brauchst du nicht. Äh, hier. So. Okay. Ich hab zwei Stacks Clay, ne? Ja. So. Okay, ab in unser Home und dann. Bye, bye. Tobi, wo hattest du das Schild her? Ja? Ich wollte mir nämlich auch eins aufstellen. Ne, ne, lass mal. Du stellst keine Schilder mehr auf. Nein, nein, nichts mit so. Ich wollte mich auch an was... Ach, wir haben auch schon zwölf Ziel gestimmt. Äh, wo ist denn hier so ein... Wer hat noch... Ich hab dabei. Schreiben. Oh ja, gib mir mal eins. Teich bauen. Was wirst du denn ausgesprochen? Was wirst du denn schreiben? Dass ich meinen Helm nächstes Mal neu mache. Freu, komm, dann sieht man. Nein, ich denk eigentlich dran. Ja, okay, dann komm, ich mach ihn mir jetzt. Alter, wo ist die Crafting Table? Hab ich weggepackt. So. Also Teich bauen plus Helm. Helm für Torben. Okay. Ja, okay. Ciao. Ciao, ciao. Dann bis zum nächsten Mal. Warte, ich möchte das nächste Mal das Schild sehen. Ja, so ist gut. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao.